Items werden geschossen und... Ja! Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf The Joe Craft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack 10. Heute werden wir in der Burgstadt von Crocodile Andy einen Quantencomputer bauen. Direkt da, wo mein Redstone-Shop ist, habe ich ein kleines Loch ausgegraben. In diesem Loch habe ich eine etwas verrückte und wirklich sehr, sehr mystische Redstone-Maschine gebaut. Lasst uns die mal genauer anschauen. Der Plan ist es nämlich hier unten im Keller, dort wo die beiden werten Herren Markus und Barandur am rumwerkeln sind, hier nochmal so einen zweiten Geheimkeller anzulegen. Und da steht sie, diese Maschine. Eine wirklich verrückte Maschine und einige von euch werden jetzt sagen, oh, wireless Redstone. Und ich sage, oh, Quantencomputer, denn tatsächlich ist das hier ein Quantencomputer. Warum ein Quantencomputer und wie genau er funktioniert, das werde ich euch heute zeigen. Aber jetzt seht ihr erstmal, das Ding arbeitet, das Ding werkelt und macht etwas. Und jetzt werdet ihr sagen, hä? Oder, das ist jetzt die Frage halt, ob ihr versteht, was hier abgeht oder nicht. Ich habe ein Video dazu gemacht, in dem ich erklärt habe, was genau hier abgeht. Aber ich möchte herausfinden, ob das auch in Craft Attack funktioniert. Dieses Ding hier kann über Quantenphysik mit Items in Minecraft ein Redstone-Signal empfangen. Und dieses Redstone an dieser Stelle kann angehen, wenn ich irgendwo auf der Welt einen Sender baue, den Sender auf die gleiche Frequenz einstelle und über die Quantenverschränkung von Items quasi hier mit dieser Maschine Kontakt aufnehme. Die Idee ist, dass wir später damit einen Teleporter bauen, aber ich möchte gerne wissen, ob das überhaupt funktioniert. Und deshalb, Leute, werde ich jetzt weit, weit wegfliegen und das Gegenstück zu dieser Anlage bauen. Hier ist Crocodile Andysburg und dort in diesem Haus, unter diesem Haus, haben wir gerade die Anlage gebaut. Und wir gehen jetzt mal ein ganz schönes Stückchen über das große Meer von Craft Attack und Shopping District. Weiter, 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 bis nach hier oben. Und hier ist Mud City, einfach mal wirklich hunderte, wenn auch nicht tausende von Blöcken von Crocodile Andys entfernt. Und hier in Mud City befinde ich mich gerade und habe tatsächlich nun hier angefangen, den Sender zu bauen. Der Sender besteht auch aus dieser dubiosen Einheit, die ich euch noch im Verlauf des Videos erklären werde. Deshalb, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen hoch gerne da zur Unterstützung des Kanals. Aber ich kann auf diesen Knopf drücken und dann spuckt die Glock ein Signal aus. Und warum das so aufwendig sein muss, weil, Joe, du kannst auch einfach direkt an die Red Zone Leitung den Knopf anschließen, hat einen Grund. Aber den Grund verrate ich euch nicht jetzt, sondern etwas später erst. So, ist das richtig eingestellt? Ja, ist richtig eingestellt. Das muss das Moonlight Sensor sein. Was wir jetzt hier machen, ist folgendes, wir legen hier eine Schiene hin. Wir packen an die Schiene dran Observer. Und ich gehe mal hier aus dem Schiene raus und packen jetzt hier einmal so Dropper hin und einmal so Dropper hin. Und ich packe jetzt an die Dinger dran einmal Trichter und auf die Trichter drauf einmal Glas. Und das war eigentlich schon alles. Jetzt können wir nochmal eben da drunter kriechen mit unserer Elytra oder bei uns sind wir da drunter. Und legen ein paar Items hier rein. Ein bisschen Dreck hier rein, ein bisschen Dreck hier rein und ein bisschen Dreck hier rein. So, jetzt sind wir eigentlich fertig. Wenn ich nun auf den Knopf drücke, dann passiert etwas. Und zwar, wir drücken auf den Knopf. So, die Schiene geht an und die Dinger müssten alle einmal ein Item ausspucken. Das Item wird sofort wieder eingesammelt und geht wieder zurück hier rein an jeder Stelle. Hat es funktioniert. Gucken wir mal ganz kurz. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Das heißt, die Dinger können schon mal Items ausspucken. So, und jetzt kommen wir zu der Quantenverschränkung. Dafür müssen wir erstmal etwas bei Crocodile Andy einstellen. Also wieder zurück zum Empfänger. Aber noch können wir nicht funken. Wir brauchen jetzt erstmal etwas wirklich Verrücktes. Wir brauchen die Liste. Und das hier ist eine sogenannte Aprioritätsverteilungsliste von Minecraft. Ihr müsst jetzt nicht verstehen, was genau diese Liste macht. Es ist auch etwas kompliziert, genau zu erklären, was diese Liste macht. Aber letzten Endes stehen hier Dinge drauf, die gleichzeitig in Minecraft passieren, aber trotzdem in einer ganz speziellen Reihenfolge von Minecraft berechnet werden. Das heißt, folgendes. Wir können jetzt diese Verstärker einstellen. Und zwar diesen Verstärker stelle ich so ein, dass ich 1, 2, 3 und 4 habe. Okay, das sieht gut aus. 1, 2, 3, 4. Wunderbar ist drin. Und die anderen Verstärker stelle ich ein, dass sie 1, 3, 2, 4 sind. Gut. Okay. Und was soll das jetzt? Ja, pass mal auf. Wenn ich jetzt das Ding anmache, dann seht ihr, gehen diese Kolben da vorne gleichzeitig hoch. Ihr würdet sagen, hä? Die gehen gleichzeitig hoch. Wo ist das Problem? Ihr seht, die gehen absolut gleichzeitig hoch. Aber wir haben hier unterschiedliche Verstärker. Und die gehen zwar gleichzeitig hoch, aber das Spiel kann ja nicht gleichzeitig berechnen, wie sie nach oben gehen, sondern berechnet das ja natürlich schon in einer Reihenfolge. Ihr merkt davon halt nur nichts von dieser Berechnungsreihenfolge. Aber tatsächlich im GameCode, also da, wo Minecraft programmiert ist, geht zuerst der hier hoch. Da gibt es eine Pause und dann geht der hier hoch. Und in diese Pause wollen wir jetzt etwas reinmachen. Und zwar mit dem Empfänger. Äh, mit dem Sender. Und bei diesem sind wir jetzt auch wieder. Und erinnert euch, gerade habe ich ja hier etwas eingestellt. Und wir haben genau die gleiche Repeater-Sequenz auch hier. Und jetzt gucke ich auf meine Prioritätenliste. Wir hatten das bei CrocodileAndy gerade so eingestellt, dass wir den ersten Eintrag, den findet ihr da, und den dritten Eintrag gewählt haben. Und dazwischen ist der zweite Eintrag. Und dieser zweite Eintrag, das ist das jetzt, worauf wir diese Repeater einstellen. Das wäre nämlich 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Und jetzt, meine Damen und Herren, ich bin zwar davon überzeugt, dass ich irgendwas falsch gebaut habe, dass irgendwas nicht funktionieren wird. Aber, das erste Mal in der Geschichte von Craft Attack, es gab es noch nie einen Craft Attack. 10 Jahre Craft Attack. Und noch kein einziger Teilnehmer hat das jemals gebaut und auch getestet auf dem Server. Ist die goldene Frage, funktioniert das? Ihr seht, mein Cam-Account befindet sich gerade am Gegenstück. Und es ist jetzt alles richtig eingestellt. Jetzt seht ihr auch hier nochmal diese dubiose Clock. Das hat einfach was damit zu tun, dass wir dieses Redstone hier im gleichen Moment anmachen wollen. Also im exakt gleichen Moment wie dieses Redstone. Und das geht mit Daylight Night Sensoren, weil es hat ein bisschen was damit zu tun, wie die verkettet sind. So, und wir schießen jetzt im gleichen Moment quasi, also quasi die Repeater hier haben die gleiche Verzögerung wie die Repeater hier beim Gegenstück. Das heißt, wir schießen aus diesen Droppern im gleichen Moment ein Item raus, wie auch in diesen beiden Droppen ein Item ausgeschickt wird. Also exakt im same Moment. Und hier ist unser Output gerade auf Falls. Und jetzt bin ich gespannt. Ich habe es noch nicht getestet. Es wird wahrscheinlich nicht klappen. Ist meine Annahme, aber egal. Wir drücken mal auf den Knopf. Klick. Items werden geschossen. Und... Ja! Wahoo! Oh, mein Gott! Ja, wir haben gerade Quantenverschränkungen mit Craft Attack möglich gemacht. Holy shit! Ist das insane! Leute, ich sage euch, Craft Attack wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr das gleiche bleiben. Nächstes Jahr zu Craft Attack 11 wird die Welt anders aussehen. Dass das funktioniert hier auf Craft Attack. Ich hätte erwartet, dass es vielleicht nicht unbedingt funktioniert wegen Server-Einstellungen oder sonstigen Sachen. Aber es funktioniert einfach. Ja, Leute. Wir können jetzt auf diesen Knopf drücken und egal wo auf der Welt... Die Chunks müssen nur geladen sein. Egal wo auf der Welt können wir ein Redstone-Signal übermitteln. Und das Redstone-Signal kommt an. Da ist es. Alter. Es... Es ist der Hammer. Ich sage es euch, es ist der Hammer. Das Beste von allem ist, wir können ja nicht nur ein Signal übermitteln, sondern wir können auch ein gehaltenes Signal übermitteln. Also quasi, wir können hier den Schalter nehmen und wir können den Schalter hier zum Beispiel dran machen und ihr könnt das Ding auf Dauer anschalten und da kommt das Daueran auch hier an. Das heißt quasi, ihr seht, das Ding bleibt jetzt auch an, oder? Ha! Bleibt nicht an. Warum? Achso, es ist wieder ausgegangen hier. Warum ist das ausgegangen? Chat, 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 chat. Warum ist das ausgegangen? Achso. Nee, das gibt gar keinen Sinn, dass das ausgegangen ist. Warte mal, wenn ich den Stein hier wegnehme. So, jetzt, jetzt, jetzt geht das Daueran und Aus. Okay, jetzt hat es eine Richtigkeit. So, ihr seht quasi, ne? Ihr seht, jetzt bleibt das hier an. Also wir können auch ein Dauersignal übersenden. Und sobald ich diese Technik hier ausmache, machen wir es mal so, jetzt ist sie aus, dann gibt es kein Signal, weil es übersendet wird. Ja, das ist sau nice. Eine Sache möchte ich noch gerne testen. Und zwar, was mir in den Sinn gekommen ist. Sowas, was ja theoretisch auch funktionieren könnte. Und zwar, was passiert, wenn ich den hier wegmache? Was passiert, wenn ich den hier wegmache? Und kann ich diese Technik hier oben nicht ein bisschen vereinfachen? Das will ich mal gerade ausprobieren. Einfach mal so ein paar Sachen, die man vielleicht besser machen kann, wo man dieses Design entwickeln und advancen kann. Okay, würde das jetzt immer noch funktionieren, wenn ich jetzt quasi das und so mache? Nein, das würde nicht funktionieren. Wundert mich gerade, dass das nicht funktioniert. Nein, okay, alles klar, ist nicht schlimm. Gut, dann Leute, dann ein Moment. Ihr wollt wahrscheinlich wissen, wie es funktioniert. Und ich versuche es euch zu erklären. Wir sind wieder zurück im Keller von Crocodile Andy angekommen. Hier steht unser kleiner Quanten-Redstone-Computer. Und den wollen wir jetzt mal nützlich machen. Also nicht nur ein Signal übertragen, sondern wir wollen was mit dem Signal machen. Wir wollen uns teleportieren. Aber ich sehe die Fragezeichen in euren Gesichtern. Wie funktioniert das, werdet ihr jetzt sagen. Ich habe dazu ein Video gemacht. Und ihr könnt euch dieses Video in Ruhe angucken. Da erkläre ich, wie es genau funktioniert. Die Kurzfassung folgende. Wenn wir Items Minecraft haben und wir lassen diese Items runterfallen. Achtung, 3, 2, 1, go. Dann werdet ihr bestimmt gerade etwas gemerkt haben. Schaut mal ganz genau hin. Und ich frage euch, fallen die Items gleichzeitig runter? Ja oder nein? Und wenn ihr genau hinguckt, werdet ihr feststellen, nein, die fallen nicht gleichzeitig runter. Das eigentlich ganz weird ist. Die müssten gleichzeitig runterfahren, weil sie Traptors gleichzeitig öffnen. Achtung, 3, 2, 1, go. Und trotzdem fallen sie nicht gleichzeitig runter. Jetzt werden einige sagen, ja, das ist ein Render-Bug. Nein, das ist kein Render-Bug. Die fallen tatsächlich zeitversetzt runter. Und man kann das mit Redstone messen. Also hier an dieser Stelle können wir tatsächlich messen, dass die nicht gleichzeitig runterfallen. Ihr seht, die Komparatoren gehen nicht gleichzeitig an. Wenn ihr genau hinguckt, gehen die nicht zeitgleich an, sondern immer zeitversetzt. Das seht ihr auch an den Kolben. Die gehen nicht gleichzeitig nach oben. Also obwohl hier beide Items eigentlich gleichzeitig runterfallen müssten, weil die Trapdoors gleichzeitig aufgehen, seht ihr, dass irgendwie diese Technik trotzdem nicht gleichzeitig reagiert. Und das ist letzten Endes die Sache. Wenn Items Minecraft gespawnt werden, dann gibt es immer 4 Möglichkeiten, wie sie runterfallen können. A, B, C, D. Wir nennen das Phasen. Und was wir machen ist folgendes. Diese Maschine spawnt die Items so, dass sie niemals gleichzeitig runterfallen. Und obwohl das hier gleichzeitig passiert, im Gamecode passiert es nicht gleichzeitig. Im Gamecode wird erst der linke Dropper berechnet. Dann wird das, was bei unserem Sender in Mud City ist, berechnet. Also das wir sie ganz weit weg gebaut haben. Und als drittes wird das rechts berechnet. So. Und wenn wir bei unserem Sender 3 Items ausspucken, dann sorgen wir dafür, dass als erstes ein Item hier ausgespuckt wird. Das bekommt dann Phase A zugewiesen. Dann kommen 3 weitere Items, die in Mud City ausgespuckt werden. B, C, D. Und dann wird das Item, was als letztes an dieser Stelle ausgespuckt wird, die gleiche Phase haben, wie das Item. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Items gleichzeitig fallen. Und wenn sie gleichzeitig fallen, dann geht hier der Strom an. Genau. Wie genau das jetzt funktioniert, dafür gibt es ein Video. Und nein, an die Klugscheißer von euch, die jetzt sagen, kann das System nicht kaputt gehen, wenn jetzt irgendjemand per Zufall Items auf die Welt wirft. Nein. Hat ein bisschen was damit zu tun, wie genau der Gamecode von Minecraft funktioniert. Scalulist, komplexes Thema. Schaut euch das Video an, wenn es euch wirklich interessiert. Aber die Kurzfassung für Dummies und so, die jetzt sagen, hey, keine Ahnung, ganz einfach, drückst du Knopf dahinten, geht Redstone hier an. Ende. Jetzt bauen wir nochmal eben ganz kurz ein paar kleinere Techniken drumherum und schauen mal, ob wir uns teleportieren können. Wir haben fertig. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt hier einmal einen Junkloader an das Ganze angeschlossen. Das heißt, der hier sorgt dafür, dass nun diese Maschine im Betrieb ist. Aber nochmal, wie bereits gesagt, er wird nur so lange laufen, wie das alles geladen ist. Jetzt wird er sagen, ja, aber der lädt sich ja selbst. Richtig, aber wenn der Server neu startet, ist es hier nicht mehr geladen. Das heißt, da muss man einmal hergehen. Beim Laden kann es mal sein, dass aus Versehen hier Strom kommt und um zu verhindern, dass es damit Ärger gibt, bauen wir jetzt da einen sogenannten Ladedetektor. Der Detektor erkennt, ob Chunks einmal geladen werden. Der wird natürlich jetzt nichts detektieren, weil die Chunks bereits geladen sind. Aber wir stellen den mal hier hin, packen hier Wasser hin, packen hier einen Amor-Stand drauf und geben diesem Amor-Stand Frost-Walker-Schuhe. Und um zu überprüfen, dass es jetzt auch klappt, werde ich mal ganz kurz den Chunk-Loader offline nehmen. So, der ist jetzt deaktiviert, der Chunk-Loader. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir diesen Kollegen hier verbinden mit einem ganz einfachen bisschen Redstone. Und zwar hier einem sogenannten Kondensator. Kleiner Haltemechanismus, der Strom für den Moment halten kann. So. Und das Ganze verbinden wir dann mit diesem Kolben. Und dieser Kolben unterbricht dann die Leitung, wenn die Chunks geladen werden. Ich gehe jetzt vom Server runter. Weil ich vom Server jetzt gerade runtergegangen bin, dauert es jetzt 15 Sekunden, bis die Chunks entladen werden. Während dieser 15 Sekunden. Leute, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, und ihr habt es bis hierhin geguckt, dann lasst an dieser Stelle nochmal einen Daumen hoch da und überlegt, ob ihr vielleicht den Kanal abonnieren möchtet. Dann werdet ihr nämlich automatisch und auch kostenlos auf YouTube nach neuen Videos benachrichtigt. Also ihr kriegt dann eine Info. Und es gibt ja diese mystische Glocke. Wenn ihr diese anklickt, die Glocke, dann macht euer Handy sogar noch ein Geräusch. Keine Sorge, ich lade meistens immer so zum Mittag hoch. Also, wir gehen wieder auf den Server drauf. Und, ähm, ich glaube, das hat jetzt nicht funktioniert, weil mein Cam-Account noch hier sitzt. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich, wenn der Cam-Account da ist. Okay, dann, ähm, Cam-Account ist runtergenommen. Gleiches Spielchen nochmal. Ich cutze es euch eben. Okay, diesmal ohne Cam-Account, der die Chunks lädt, müsste jetzt folgendes passieren. Wir gehen auf den Server drauf und, ja, ihr seht quasi, die Verbindung wurde getrennt, weil hier Eis entstanden ist. Es muss hier noch daneben eine Hitzequelle sein, wie zum Beispiel, ja, Fackeln oder so, damit das Eis schmilzt. Und solange das Eis also da ist und sich bewegt, ist, wie diese, wie ihr seht, die Technik im Moment unterbrochen. So, was wird denn hier eigentlich unterbrochen? Diese Redstone-Leitung. Und diese Redstone-Leitung macht nichts anderes als die Fackel aus. Die Fackel aus macht die Fackel an. Die macht die Fackel aus. Und dann haben wir hier eine Trapdoor, die dann zugehen soll. So, mein Cam-Account ist jetzt nicht mehr auf dem Server. Aktuell ist nur Blizzard und ich auf dem Server und jetzt wird's spannend. Denn, ich packe hier nun eine Stasis-Kugel rein. Die steht nun an der Stelle. Und, als nächstes, äh, teleporte ich mich mit meinem alten Teleport-System. Das funktioniert ja immer noch, ne? Einmal zurück nach Mud City. Und nun kommt der Moment, auf den ich so lang gewartet habe, dass wir es echt tatsächlich benutzen können. Wireless Redstone mit Quantenverschränkung in Craft Attack. Wird es funktionieren? Was wird passieren? Ich bin äußerst gespannt. So, wir sind in Mud City angekommen. Und, was wir natürlich noch später bauen, aktuell ist es nur Peer-to-Peer. Das heißt, wir haben einen Knopf und einen Output. Was wir natürlich später machen können, ist, dass wir nicht nur einen Knopf und einen Output haben, sondern dass wir einen Datensatz verschicken. Und dann können wir zum Beispiel, wir haben zum Beispiel, wenn wir zwei Knöpfe haben, dann können wir sagen, das ist für Spieler A und für Spieler B. Aber wenn wir zwei Knöpfe haben, könnten wir theoretisch auch sagen, dass, wenn beide angehen, dann soll Spieler C teleportiert werden. Also ihr seht, bei zwei Knöpfen können wir schon drei unterschiedliche Möglichkeiten der Connection rausnehmen. Bei drei Knöpfen können wir sogar schon sieben Möglichkeiten rausholen. Und bei vier Knöpfen können wir 15 verschiedene Spieler teleportieren. Das heißt, wir brauchen nur vier von diesen Teleporter-Dingern und können 15 verschiedene Spiele teleportieren. Krass, was? So. Wir sind angekommen. Wir legen uns nochmal hin. Ich warte wirklich, dass die Chunks da hinten definitiv nicht mehr geladen sind. Also, wir sind jetzt hunderte von Blöcken weit entfernt. Hier ist Troco Light Endisting. Ihr seht, hier X auf der Minimap, da war ich gerade zuletzt. Da bin ich noch kurz gewesen. Da wollen wir hin. Da, wo dieses X ist. Das auch gerade verschwunden ist. Die Chunks sind definitiv nicht mehr geladen. Und hier, ist ein Sendemodul. Sobald ich auf den Knopf drücke, werden mehr oder weniger die Item-Reihenfolgen durcheinander gebracht, indem wir Quantenverschränkung haben an dieser Stelle. Wir schießen drei Items raus, bringen die Quantenverschränkung der Items durcheinander und sollten teleportiert werden. Seid ihr bereit? Ich drücke auf den Knopf. Ich habe auf den Knopf gedrückt. Quantenverschränkung und schade, Banal. Wir finden mal ganz kurz eben raus, woran es gelingen hat. Okay, ich habe den Fehler gefunden. Und zwar, hier fehlten einfach Items. Also, der Fehler war gar nicht bei der Empfangseinheit. Ich habe jetzt nicht getestet, aber ich habe gerade gesehen, hier fehlen Items und die habe ich jetzt reingelegt. Das heißt, jetzt alles wieder richtig gebaut, test die zweite. Nochmal, Leute. Jetzt bin ich aufgeregt. In dem Moment, in dem ich auf die Knopf drücke, werden Items verschränkt. Mein Cam-Account ist nicht online. Die Chunks sind definitiv gerade nicht durch den Spieler geladen. Und here we go. Werde ich teleportiert oder nicht? Jetzt geht's los. Bam. Gesendet. Quantenverschränkung. Und ja, ich wurde teleportiert. Da bin ich bei Krokoday Andy angekommen. Einfach mal ein paar tausend Blöcke durch Quanten getravelt hier in Craft Detect. Das hat funktioniert. Und sonst werde ich auch nicht teleportiert. So. Das heißt, meine Damen und Herren, wir haben tatsächlich hier in Craft Detect einen funktionierenden Quantenmechanik gebaut. für Wireless Redstone. Das heißt, wir können auf dem Server das Ganze nutzen. Wir müssen aufpassen. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die wir bedenken müssen. Und zwar natürlich requiert diese Technik Chunkloader. Und in den Craft Detect-Regeln steht, dass man bitte nicht Sachen baut, die Lags verursachen. Bei Chunkloadern ist es immer so eine schwierige Sache, weil es gibt manche Spieler, die bauen Chunkloader und loaden damit so riesengroße Farmen, was natürlich Lags erzeugt. Das heißt, wenn man sowas in Craft Detect 11 bauen möchte, dann müsste man genauestens überlegen, wie man diese Chunkloader baut, sodass sie vielleicht eben halt kein Lack erzeugen oder das nicht zum Beispiel wie bei Kroko jetzt eine ganze Stadt geladen wird, sondern das vielleicht weniger geladen wird. Aber die Technik funktioniert. Was bedeutet, wir haben eine Möglichkeit, ein Redstone-Signal ohne physische Kabelverbindung dahin zu schicken, wo wir wollen. Ich würde sagen, das ist echt brillant. In diesem Sinne, einmal, ich empfehle ich nochmal, es hat so viel Spaß gemacht, ich will es nochmal machen, einfach um zu zeigen, dass es funktioniert. Der Sender könnte auch nochmal besser gebaut werden, um einiges besser gebaut werden. Also mit dem bin ich auch noch nicht so super glücklich. Hier bei diesen Portalen ist es ja ein Kabel. Und jetzt gerade wird die Information übertragen, welcher Spieler gesendet werden soll. Und im Schnitt, ihr würdet sagen, natürlich, der Teleport ist instant, aber dazu kommt ja die Zeit, die die Portale brauchen, um die Information zu übertragen, welcher Spieler gesendet wird. Und der Witz ist, dieses Wireless-System ist tatsächlich schneller. In der Übertragung. Also in dem Moment, in dem ich auf den Knopf drücke, dauert es echt nicht sonderlich lange, bis ich teleportiert werde. So, das ist echt wahnsinnig. Die eigentlich größte Verzögerung, die wir haben, entsteht durch die Repeater auf der anderen Seite, die wir gemacht haben. Aber sobald die Dropper feuern, werde ich eigentlich sofort teleportiert. So, ihr seht hier das Problem, irgendwie funktioniert dieser Auflese-Mechanismus für Items nicht. Deshalb, genau, deshalb hatten wir das Problem, dass Items einfach despawned sind. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass sich die Items gestackt haben und das vielleicht schwierig ist. Das könnte man nochmal lösen, das ist jetzt unwichtig, aber Achtung, wir triggern nochmal und jetzt ist das Signal angekommen. Es kommt ja sofort an und ich werde teleportiert. Und das ist wirklich schnell. Es ist wirklich unglaublich schnell. Das heißt, ich glaube, das ist die Revolution, Leute. Ich glaube, Craft Attack 11 wird sehr, sehr spannend. Aber einiges ist noch mit Craft Attack 10 zu tun. Zu Ende ist das Projekt hier bei mir noch nicht ganz. In diesem Sinne, stay tuned, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Das war's.